Applaus Das ist eine ganz einfache Aussage, fantastisch, es war überwältigend. Das ist natürlich ein ganzer Rausch, den wir da alle erlebt haben. Ganz großartige Produktion. Ich finde das ist eine großartige Leistung des ganzen Teams, es ist unglaublich genau gearbeitet, super auf die Musik zugeschnitten. So viele unterschiedliche Sachen gleichzeitig, going on auf eine Bühne. Ich wusste wirklich, die Hälfte der Zeit, ich wusste gar nicht, wo ich so hingucken sollte. Ich fand es viel zu viel, also mir war zu viel Klamauk auf der Bühne. Ich fand es waren schon auch ernste Themen dabei und das dann so nur auf die Schippe zu nehmen, hat mir nicht gefallen. Die ganze Dynamik, die Schnelligkeit und diese Symbolischen, die Bilder, die Musik, eigentlich alles war so grandios und beeindruckend. Ich fand es super. Ehrlich gesagt, was ich gehört habe, ja. Was ich gesehen habe, nein. Es hat mir sehr gut gefallen, besonders das Kostüm, das ganze Design und die Produktion habe ich super spannend gefunden und abwitzend gleich. Ich glaube, es ist ein sehr wichtiges Werkzeug. Für mich als Amerikaner, ich dachte es war ein sehr wichtiges Werkzeug des Amerikaner Opera, also ich bin froh, dass ich es gesehen habe. Tatsächlich war ich sehr auf die Musik fokussiert, aber es ist so viel auf der Bühne passiert, dass man mindestens zweimal reingehen muss. Für mich ist das ein Hoch auf das Regie-Theater, weil ich fand es wunderbar, wie die Musik und die Inszenierung verschmolzen ist. Ich finde, es muss Musik-Theater für die Zukunft sein. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017